Musik So und damit herzlich willkommen zurück in einer neuen Folge von Mario plus Rabbidos Kingdom Battle Genau In der letzten Folge haben wir ja Madame Pastrellas weise Weissagung gehört Genau Und heute werden wir mal weiter arbeiten Wir sind hier grobe Jahre Ich mag euch nicht Aber Du kannst Mario schön hier Stampf attacken Ich hab keinen Fehler gemacht oder ja ich hab mich runtergestellt Egal nicht so schlimm Hier kommen wir wieder hoch Hier sind die Treppe Dash Hinter uns sind Gookieboos Dann stelle ich dem Rebel Peach mal dahin Dass sie theoretisch von dem Gookieboo Angriff geschützt ist Falls er zuerst angreifen sollte Peach dashed den da Stellt sich dann aber auch hier hin Und feuert hoffentlich auf einen der beiden Damit Ja Ne ne Hier Prinzessinnenblick Mario Klar du auch So und jetzt schießt zuerst Prinzessinnen Ne Schießt auf den da Er fängt an zu laufen Kriegt von Mario eine mit Ich meine zwei Und ist damit down Ja Mario schießt auf den da hinten Er kommt angelaufen wird hoffentlich von Peach getroffen Nein Wobei wenn Peach jetzt wirft Ja dann ist er raus Wenn es ein Kleider trifft wird ja mit Frost Feuerschaden Perfekt Und ist raus Gut In einer Runde zwei Gegner besiegt Sehr schön Wir müssen mal die Blase von ähm Rabbit Peach verstärken Mh Aua Ne nicht ganz gemein Aber ich Finde ich jetzt nicht so ganz dafür Dass Mario hier Schaden kriegt Wo ist der Gookieboo hin Du bist da Du bist nicht mehr da Du bist gleich kaputt Du bist gleich ganz da oben In dem Mega Bug Leute Von dem haben wir auch schon länger nichts mehr gehört Gern Oder in der zweiten Welt Erwähnt ja am Anfang Doch wenn wir ihn jetzt gut treffen Kriegt dann Stoßschaden Genau Und fliegt weiter In die Offensive Und kann jetzt von Peach Ausgeschalten werden Peach stellt sich da hin Genau Und sie trifft ihn Und nimmt ihn auch raus Sehr schön Ist schon mal gut Ist sonst auch kein einziger Gegner auf dem Feld Hier was spawnt denn hier Ist das ein Ziggy Das ist Karobian Sobald der laufen darf Heißt ich muss weiter weg Ja Mario Du stellst dich mal da hin Ach ein Gookieboo Spawn Da oben auch noch Ja ok Das könnte ein etwas schwerer Kampf werden Weil sehr viele Grobi ankommen Du bist ein Blöden Vampir Echt Ich treff gar keinen Dann ganz schnell hier runter Ich kann bei Mario nicht springen Mario kannst du den dashen Mario kannst du irgendwas Wir werden jetzt hier den Hochsitzbonus benutzen Und stellen uns mal weiter nach oben Den Hochsitzbonus haben wir bei keinem wirklich aktiviert Aber er ist automatisch stärker Genau und Peach Du fährst jetzt noch mit der Bombe irgendwo hin Ja zu dem da Das ist jetzt schlau Wir schießen jetzt auf den Er kommt angelaufen Dadurch wird er automatisch von der Bombe getroffen Das ist so fies Weil es jetzt ein Crit wird Nein wird es nicht Aber dafür läuft er jetzt in die Bombe Und ist down Yes Peach könnte noch laufen Heilen brauche ich noch nicht Da nur Mario betroffen ist Das ist so ein Klavier Seht ihr das Das ist so ein Klaviersarg Mäßig Und den haben wir uns jetzt gar nicht gekümmert Der trifft aber auch nicht Aber wir treffen ihn Treffen wir ihn Nein Ich überlege gerade ob wir einfach hier oben stehen bleiben sollen Oder ob wir uns in Richtung Grobian Der ist extremst weit weg Oder wir laufen halt wirklich Richtung Guckiboo Ja Mario geh mal hier runter Dahin Und Rabbit Peach Springt Wieso treffen wir den von hier nicht Dann nehmen wir Peach Peach springt hier hin Und trifft ihn zu 100% Das ist positiv Kann ein schönen Crit Schade Jetzt steht er frei Und kann von Mario getroffen werden Sehr schön Okay der ist ewig weit weg Der wird jetzt wahrscheinlich hier hochlaufen Das heißt ich stelle Rabbit Peach mal da hin Und hoffe dass ich ihn irgendwie treffen kann Ne gar nicht Mit den anderen habe ich ja schon geschossen Nee er läuft nicht in den Radius Also geben wir den Zug ab Und lassen ihn ziehen Okay er spawnt zwei Guckibus Das ist schon mal gut So muss ich jetzt schon mal nicht nach da oben laufen Gut doch mit dem hier muss ich noch hochlaufen Mario kann dann theoretisch Feuer Und kann ihn wegdäuschen Perfekt Sie kann sie zweimal däuschen Sie kann bloß einmal däuschen Okay Dann stellen sie sich Am besten noch mit einer Heilung Hier hin Damit nämlich Mario auch noch ein bisschen geheilt Sie macht den Prinzessinblick an Mario du machst die Heldensicht an Rebel Peach du kommst Hier hoch Springst aber hier vor Nicht da hin Da hin Au nach oben Und du schießt jetzt auf den Grobian Ja Er kommt angelaufen Wird von der ersten Heldensicht getroffen Er ist tot Der Guckibu der kann nix Wenn wir Rabbit Peach hier hinstellen Kommt Mario da noch hin Da kommt sogar noch eins weiter Dann stellen wir Rabbit Peach da hin Und ne nicht Pizza Und Mario Springt Ich hier nach vorne Jump Und Ja er trifft ihn nicht Klar Sie springt Sie springt Hierhin gibt Mario noch mal ne Heilung mit Und wirft jetzt ihre Granate Wieso Wieso kann Mario den treffen Aber sie nicht Irgendwas stimmt da nicht Bei dem Spiel Doch sie stellt sich da hin Und schießt Und Mario stellt sich dann daneben Und schießt Ach Mario kann gar nicht so weit wie sie da Er kann doch treffen Er stellt sich dann von mir Und schießt Tolle Kanne da rein Und damit haben wir gewonnen Mit Don Böschen geschossen Sehr schön Perfekt War das alles in dem Kapitel Oder waren jetzt zwei Kämpfe Ach da waren zwei Stimm Bei Dambastrella Da mussten wir dieses Ding Laufen Und dann wurde Luigi getötet In der letzten Folge Und ist noch ins Ziel gerollt Während der Todesanimation Müsst ihr euch auf jeden Fall angucken Die letzte Folge Dort bei den Brunnen Ist das ein Buhu Oder ein Luftballon Es sieht aus wie ein Buhu Ballon Ballon Das ist das fehlende Relikt der Güte Bringen wir es zu seinem Sockel Ich sehe da unten eine Abkürzung Durch den Brunnen Durch den Brunnen Für mich sieht das aus wie eine Hintertür Aber okay Oh ja liebe Leute Hier ist noch ein Red Ring Oh Gott Das kann nichts werden Das sind wir hier an den Ecken So und wo muss ich jetzt hin Wo kann ich hoch Da hinten Mach wir los Hab ich da eine Ich hab eine vergessen Nee ich bin Nee probieren wir nochmal Okay ich hab einen Fehler gemacht Aber ich weiß jetzt wie die Gute ist Zwei hier lang Hier runter Da Das hier holen Hin Holen Zurück Eins Und zwei Und eine neue Waffe Ich hoffe für jemanden guten diesmal Bitte für Mario oder so Nicht wieder für Rabbids Luigi Den wir nie benutzen Schon besser Schauen wir uns doch gerade mal an Ist stärker gegen gehilfen Ist gekauft Was nicht allzu teuer ist Bomben hast du keine stärkeren Peach hat was neues Das ist da hinten Peach bräuchte auch mal wieder ein paar Upgrades Aber ja Das ergibt sich schon noch Wir haben ja jetzt erst die Hälfte erreicht Okay die Kiste holen wir uns aber noch hier Bipo hat trainiert Er kann jetzt beides benutzen Er kann schieben und eine Statue tragen Beziehungsweise etwas tragen Was haben wir hier? Eine Tarotkarte Unglücksrat Leute wir schauen uns das alles an Was wir gesammelt haben Im letzten Part Ich werde hier keine 100% In dem Spiel machen Vergesst es Viel zu viel Also wie ich weiß Kommt jetzt gleich das 5. Kapitel Nein Doch Nicht Okay Voila Unsere Gebete wurden erhielt Jetzt sollte uns das Montor weit offen stehen Ähm Ich sagte Voila Es müsste sich jetzt öffnen Warum ist es nicht offen Wir haben unseren Teil erfüllt Wir haben die Relikte der Güte gefunden Sternchen Und Zeichen Hashtag Dollar Prozent Add Ausrufezeichen Warum ist es nicht offen? Das ist unfair Warum ist es nicht? Es öffnet etwas anderes Ein mit Ranken bewuchertes Tor Wieder eine richtig schöne Kamera Auch wenn sie eigentlich relativ nur geradeaus geht Klasse das ist das falsche Tor Vielleicht gibt es eine Hotline Die wir anrufen können Oder so Aha Unser anonymer Gönner hat wieder genau im richtigen Moment gewählt Um uns die Elfen Erzeugen Ihr trottet Vermutlich fühlt ihr euch jetzt ziemlich enttäuscht Das kann ich gut verstehen Das wähle ich an eurer Stelle auch Das Montor kann nur bei Vollmond geöffnet werden Ist doch klar Zu schade Dass der gerade erst vorbei ist Zum Glück für euch kenne ich eine Möglichkeit Den Vollmond zurückzuholen Nehmt einfach den total nicht schaurigen Pfad Der vom gerade geöffneten Tor wegführt Dann wird alles bestens funktionieren Ihr werdet noch einmal davon kommen Hm Irgendwas ist seltsam an dieser letzten Nachricht Obwohl ich nicht genau sagen kann was Vielleicht steckt doch noch mehr dahinter Hinter Madame Was Relas Weissagen Als sie verraten wollte Vielleicht bleibt jemand weiteres uns zu schaden Und unser rätselhafter Verbündeter Tappt genauso im Dunkeln wie wir Auf zum Tor Gestatten L Calavera Es tut mir leid Dass diese Folge etwas kürzer ist Aber ihr seht 3.5 Das heißt Miniboss Und das sehen wir beim nächsten Mal Bis dann Leute Ciao Lasst gerne ein Like Und ein Abo da Aktiviert die Glocke Damit ihr nichts mehr weiter verpasst Wir hoffen wir sind jetzt beim Miniboss Ciao Tschüss Ciao ραk